Moin, wir haben jetzt, Moment, ich glaube, viertel vor, ja, so 20 vor 8 am Samstag. Ich bin jetzt schon hier im Studio, gleich kommt der Tim und die Angie. Ich mache mir jetzt einen Kaffee, dann kontrollieren wir nochmal das ganze Equipment und dann geht's los und wir nehmen euch heute mit zum Dreh ins Emils Hotel. Und wünschen dir und euch dafür viel Spaß. So, es hat jetzt geklingelt, die Angie ist da und der Tim hat heute den zweiten Schlüssel von uns. Die Angie hole ich jetzt an der Tür ab. Da ist sie. Ich glaube, sie ist müde. Wie ich gesagt habe, sie ist sehr müde. Wie lange bist du schon hier? So etwa, ja, 35 ungefähr. So, 7.35 Uhr. Ich habe jetzt einen Kaffee, aber der muss reichen. Ich habe noch keine. Soll ich deine Nummer? Nein. Der Tim ist jetzt auch da, hat zwar einen Schlüssel, aber war er vergessen. Deswegen hole ich ihn jetzt auch an der Tür ab. Moin. Moin. Fit? Ja. Ja. Moin. Ja. 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 Musik Also das war's schon wieder für diese Woche mit Film und Fotoinsights. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die ganze Produktion geben. Tatsächlich war gerade die Katharina da und hat sich die drei Filme angeschaut. Und ja, alles ist super soweit. Wir müssen jetzt noch zwei, drei kleine Änderungen machen. Eigentlich an drei Filmen nur das Logo ändern. Und ja, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, auf Facebook und schaltet auf jeden Fall wieder am Montag den Podcast ein. Dann am Freitag kommt das nächste YouTube-Video. Und ja, bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao. .